Am Anfang haben viele Mitarbeiter gedacht, wo sie gehört haben, alle drei Tage eine Maschine, oh, ich muss mehr arbeiten, ich muss schneller arbeiten. Man konnte aber den Mitarbeiter schnell den Wind aus dem Segel nehmen, wo die Linie gelaufen ist. Ich wurde auch ins kalte Wasser geproven, weil ich bin ja auch schon lange hier in der Firma. Für mich war das auch Neuland. Mir hat es sehr viel gebracht, auch mit meinem Kollegen zusammen. Wir wurden auf eine Schulung geschickt, eine Woche von der Firma Stauffen und da konnte mir eigentlich als Vorgesetzte wirklich das mal sehen, auch weil wir praktisch dort mitgearbeitet haben, was so eine Taktmontage auf sich hat. Also wir haben eine saubere Linie, macht einen guten Eindruck. Ich denke, es ist auch wichtig für die Zukunft und auch wenn Kunden kommen, wenn sie das sehen, was jetzt hier sich verändert hat, ist es sehr positiv für die Firma. Dieses Stopfloor-Management wird jetzt eigentlich von allen Vorprozessen wirklich gut bearbeitet und das spüren auch die Mitarbeiter, dass was getan wird, aufgrund auch jetzt der verfügbaren Teile. Die Mitarbeiter können aus dem Vollen schöpfen, sie können ruhig arbeiten, sie haben keine Unterbrechungen mehr, sie haben ihren Arbeitsplatz und der ist gut eingerichtet, sie haben ihr Werkzeug. Bei so einem Projekt muss die Geschäftsleitung dahinterstehen und man muss die Mitarbeiter mit einbinden. Wir haben an Qualität gewonnen, wir haben zufriedene Mitarbeiter, einen sicheren Liefertermin, Richtungsweisen, dass wir der Konkurrenz einen Schritt voraus sind. Ich bin wie neu geboren.